Das kann nicht sein, dass da immer 5000 Gegner wieder spawnen. Wahnsinn. Boah ey. Jetzt erstmal irgendwo speichern hier. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir jetzt sogar ein bisschen Munition gespart. Wir haben jetzt nicht alle weggeknallt. Aber hart, oder? Ey, du spawnst da und auf einmal so viele Gegner... Äh, falsche Waffe. So. Wir speichern hier. Ganz schnell. Ah, der wollte auch gerade speichern. Hat er pech gehabt. Aber was mache ich da in dem Raum? Könnte ich ja dieses Computer-Dings daneben? Ich weiß es nicht. Nee, das war die andere, ne? Ja. Ja, du gehst natürlich genau dahin, wo ich hin muss. Ach komm, ist mir jetzt egal. Ich glaube jetzt hier. Ja, elf Schuss, aber... Ich glaube gegen dieses Riesen-Firme haben wir eh keine Chance. Lass uns hier nochmal ganz schnell speichern. Weil wir werden wahrscheinlich öfters da drauf gehen. Ich hab nämlich echt keine Ahnung, wie wir es gerade noch machen sollen, ne? Dann sind wir nicht so weit weg. Hm. Ich seh kein Munition. Doch, da. Einer haben wir noch. Okay. Ich möchte halt die Datenleitung hier. Highspeed-Glasfaser. Kannst du auch nicht schieben oder so. Ich seh den gar nicht. Kann man uns vielleicht ein bisschen umschauen hier, aber... Ich glaube, der hängt irgendwie. Kommen wir da hoch, äh... Wir können ja nicht wirklich springen, also nein. Was ist der denn? Das ist da hinten da. Das wäre das einzige, was mir jetzt zu schnell einfallen würde. Ja, oder das hier, ne? Das ist definitiv ein Ausgabe. Der gar nicht eingezeichnet ist. Ja, der hängt irgendwie fest. Den finde ich ja nicht schlimm, aber... Ah, scheiße. Was ist das auch hier irgendwie? Ne. Kannst du nichts dann machen. Wieso? Kann ich auch nicht, ne? Ne. Hier ist auch nichts... Das Spiel könnte ein bisschen präziser sein. Kacke. Ich bin da nicht mehr rausgekommen. Boah, was muss man denn da machen? Ich weiß es nicht. Das kann nicht sein. Egal, ob du... Also die Munition natürlich nicht. Ich mach's mal. Ey, es ist nicht in Ordnung. Ne. Keine Munition hier. Das ist der Wahnsinn. Ja, man muss doch hier mit Sicherheit irgendwas... Geil. Wow, ist er das? Druck ablassen. Ah, da konnte ich jetzt irgendwas machen. Das musst du erst mal sehen. Ist ja unfassbar. Nicht ärgern. Wieso hat er jetzt so viel Schuss gebraucht? Ja, wir schauen mal, was das macht. Ich glaube, da muss ich ihn hinlocken, oder was? Ich glaube, da muss ich ihn hinlocken, oder was? Ich glaube, da muss ich ihn hinlocken. Wo bindelt sich? Ja. Hab ich ihn jetzt damit erwischt, oder was? Ja, wo denn genau? Wo lässt du den Druck dann ab? In der Mitte, da? Wir laufen ein bisschen im Kreis. Na, ich hoffe mal, das ist es auch. Aber das gezielt machen kann ich es gerade irgendwie nicht. Ich bin jetzt sicher. Ja, muss der dann bitte irgendwo sein oder was? Nee, ist der auch nicht, ne? So die beiden da, genau. Das hat noch nicht so richtig Sinn. Hier, das ist ein Druck ab. Okay, ja. Jetzt sind wir irgendwo eine Mutter ab. Oh, kacke. Nein! Ich glaube, ich weiß jetzt aber, wie es funktioniert. Ich glaube schon. Versprechen kann ich es nicht. Mit Feuerwaffen brauche ich es bei dem Tyler überhaupt nicht versuchen. Keine Chance. Ich glaube, ich muss ihn in die Mitte locken. Und dann hier mit dem rechten, ich glaube schon. Erstmal warten, bis sich der Laufenbalken jetzt wieder ein bisschen erholt hat. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich bin nicht in der Kargobank. Ich wollte dio, weil ich sage. Ich glaube, ich will hier meine Heiden hier nicht. Ihr habt ja. Nein! Unfortunately, I'm not in the cargo bay, but I've sent someone to eat you. I'm not in the cargo bay. Not yet, I'm not in the cargo bay. I'm not in the cargo bay. Wo muss man die denn? Das ist doch ein Steffi hier. Das ist relativ nahe hinter mir. Wo muss ich die Ereignisse sein? Wo ist denn das? Das ist die Ereignisse. Das war's für heute. Oh, wie schuld ist er denn jetzt? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh, was ist denn jetzt so schnell? Ich hör den noch. Oh, was gibt der denn so Gas? Oh, wie schuldig ist er denn? Oh, wie schuldig ist er denn? Nein! Boah, das war knapp. Das war knapp. Oh, wie schuldig ist er denn jetzt? Oh, wie schuldig ist er denn? Oh, wie schuldig ist er denn? Oh, wie schuldig ist er denn? Hey! Apropon Cald типа. Ich muss jetzt mal der Querviel eingehen hier, ich schiebe ja mit. Das ist aber so schnell gerade, das ist ja einfach nur die ganze Zeit geht's dann so. Nein, nein! Das ist ein Scheiß. Was? 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 Hier! Auf der Plattform! Bist du gut? Ja, ich denke so. Danke! Klar. Wo ist das verdammte Artefakt? Und wo ist Jimmy? Ich habe den ganzen Scheiß. So kann ich nicht sagen, es ist kaputt. Hä? Ich verstehe es nicht, ich verstehe es wirklich nicht. Aber ich will trinken. Naomi, warte! Naomi! Ja, okay, was auch immer, ist mir egal. So, was brauchen wir jetzt? Ich kann den in der Mitte im Prachtraum, da ist mit Sicherheit dieses Teil hier hinten. Hä? Jetzt mal im Ernst, wieso? Der hatte mich. Und ich habe dem auch keinen Schaden mehr zugefügt. Verstehe ich nicht. Okay, ist auch egal. Erlang Jimmy's Position von mir mit dem Computer Kern Deck 4. Ich werde jetzt hier mal speichern und dann mache ich eine kurze Pause. Ich habe jetzt echt eine Stunde da dran gesessen. Locker. Ey, das ist der absolute Wahnsinn. Wir sehen uns gleich wieder.